Willkommen zu einer neuen Folge von TheTourist Es gab einen kleinen Fehler Ihr seht, ich habe unten rechts ein altes Paket und eine Schriftrolle Ich war auf Tiny Island, habe das Rätsel gelöst und kann mich einfach nur im Safe drin registrieren und der Controller vibriert an den richtigen Stellen und dann kann man es weiter hin Leider kamen wieder rum Keine Ahnung Was das wieder ist, weil bei den Folgen davor hat es ohne Probleme funktioniert auf einmal macht es wieder Probleme Ich habe es natürlich nicht überprüft weil es dann nicht mehr haben Ja... Ja... Und was es mit den Koordinaten auf sich hat, habe ich auch Wahrscheinlich eine Lösung Ich habe es nicht ausprobiert weil... Wie gesagt, ich habe dann gemerkt, dass die Aufwand nicht funktioniert und was dann wieder davor unterbrochen So... Mein erster Gedanke war nämlich Wir müssen nach... Shogi Island Oder Sogi Island Weil da ist ein Wissenschaftler Ja, der kann uns aber nicht helfen Das ist ein Schaum Ja, aber ich habe ein bisschen in der letzte letzten Woche Anfänger Aber es ist ein Schaum Das ist ein Schaum oder auf dem Oh... Da ist das Oder So... Oder Ja... Ja... Es ist nicht Das ist super geil, das muss ich mal wieder sagen, das ist super geil. Das ist einfach nur ein Monument. Das ist so wahrscheinlich. Das sind die... Ach, jetzt sehe ich. Okay. Das sind die Kielfrau. Das sind die Tragenkünfte. Das sind die Kielfrau. Das sind die Kielfrau. Da sind die Kielfrau. Das war's. Ich dachte, der wäre eine Leiter oder sowas. Tatsächlich. Oh, das ist auch ein. Oh, das ist eine Leiter. Ah, da hat einen Leiter. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.